Hallo, ich begrüße euch zu meinem ersten Video auf YouTube. Ich habe noch keine Ideen, was ich für Videos drehen könnte. Und vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, die ich machen könnte. Und die könntet ihr dann mir in die Kommentare schreiben. Und ich könnte dann schauen, ob ich irgendetwas davon machen könnte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr irgendetwas in die Kommentare schreiben würdet. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.